Wie ein Glas Eure Lebensqualität boosten kann. Guten Morgen! Lebensqualität, das was wir alle anstreben, jeder versteht da etwas anderes darunter, aber Lebensqualität zu boosten, da sagt keiner nein. Die Lebensqualität, wie kann nun ein Glas diese Lebensqualität boosten. Was bedeutet denn Lebensqualität, wie gesagt für jeden etwas unterschiedliches, aber zum einen kann Lebensqualität bedeuten Zeit, d.h. ich habe mehr Zeit. Zeit ist ein Punkt der unbestritten die Lebensqualität boostet, wenn man diese Zeit effektiver nutzt. Dann gibt es die Ordnung, Ordnung im Gegensatz zur Sauberkeit ein extremer Lifebooster. Wenn ihr genau immer wisst wo alles ist, wenn ihr darüber nicht nachdenken müsst oder euch ärgert, dass ihr eventuell etwas vergessen habt, wenn ihr effektiver die Dinge nutzen könnt. Wenn ihr eine Ordnung habt in eurem Leben, in eurem Geist boostet das eure Lebensqualität. Dann Schönheit oder ich sag mal Ästhetik, da empfindet natürlich jeder das ein bisschen anders. Aber generell können wir sagen, wenn wir uns mit schönen, schön empfundenen Dingen umgeben, wird unser Leben auch schöner. Unsere Lebensqualität steigt eben auch. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt, der für die meisten die Lebensqualität steigert. Und das ist Geld. Nicht unbedingt viel mehr Geld erwirtschaften, aber zum Beispiel nicht so viel Geld erwirtschaften zu müssen, Geld sinnvoller einzusetzen und damit, das steht ja auch immer in Verbindung miteinander, diese Punkte vielleicht auch mehr Zeit haben für die schönen Dinge im Leben zu können. Oder um Ordnung zu schaffen. Also Geld ist definitiv auch ein Punkt, wo eure Lebensqualität geboostet wird. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt, den viele von euch wahrscheinlich nicht auf dem Zettel haben, was eure Lebensqualität boostet und wo euch dieses Glas helfen wird. Kreativität ist auch immer ein Ausdruck, ein Kanal seiner selbst in die Umgebung. Das kann sowohl energetisch passieren durch seinen Geist als auch körperlich, also physisch. Und dann ganz einfache Dinge die unser heutiges industrielles Leben auch boosten und das ist in dem man Plastikfrei lebt. Ich habe mich belehren lassen, dass man gar nicht Plastik sagt, dass einige Bevölkerungsschichten immer Plastik sagen, aber Plastik kommt aus dem künstlerischen Bereich und das heißt Plaste. Ich habe sehr häufig Plastik gesagt, aber mittlerweile dank euch sage ich auch Plaste. Also Plastikfrei. Und dann ein Punkt der auch für fast alle gilt ist, dass Anerkennung auch ein Punkt ist, der unsere Lebensqualität boostet. Anerkennung von anderen und Anerkennung von sich selbst. Ja also diese Punkte da kommt das Glas ins Spiel. Und ja also erstmal um was handelt es sich denn? Überhaupt welches Glas? Ich spiele euch mal ein ganz kurzes Video ein was ich mir bestellt habe. Das was ihr jetzt gesehen habt das sind ungefähr 150 Gläser die ich da gekauft habe. Diese 150 Gläser haben inklusive Versand nur 50€ gekostet. Also den Link habe ich euch unten in der Infobox hingeschrieben. Und mit diesen Gläsern habe ich folgendes gemacht. Und jetzt kommt auch wieder ein Video. Ja und so sieht das dann aus. Wenn da ein bisschen mehr Ordnung in eurem Leben beziehungsweise in eurem Gewürzregal herrscht. Also auf großer. Und dann habe ich noch hier drüben etwas. Da habe ich das in andere Gläser gemacht. Das sind immer jeweils neun Gläser. Und das lässt sich eigentlich ganz gut immer noch verschieben. Das heißt man kann da immer noch mal da hinten ran muss. Ja auch dann hier immer noch ein bisschen Flexibilität haben. Weil das ja hintereinander gelagert ist. Ja da habt ihr mal so einen Eindruck davon. Wie sozusagen jetzt bei mir da aussieht. Also einerseits halt das Gewürzregal auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite eben noch die einzelnen größeren Gläser. Genau. Alle diese Punkte werden bedient. Wir können es ganz kurz mal durchgehen. Zeit ist natürlich ne unglaubliche Zeitersparnis wenn man immer sofort weiß wo etwas ist. Das ist nämlich gleich auch die Ordnung mit erschlagen in dem Punkt. Man weiß immer wo etwas ist immer mehr Ordnung. Schönheit, Sinn für Ästhetik. Gut es gibt auch unterschiedliche Gläser die man dann kaufen kann. Vielleicht findet da eine die etwas schöner. Es gibt da wirklich richtig schöne Gläser. Allerdings sind die mir einfach zu teuer. Und da sind wir wieder beim Geld. Und ich finde das auch sehr schön sehr klar definiert. Da kommen wir bei dem Punkt Schönheit auch dazu. Die Gläser gibt es standardmäßig mit einem goldenen oder weißen Deckel. Man kann wie ich auch andersfarbige oder mit Symbolen beschriftet oder bemalte Deckel oder andersweilige Deckel da dazukaufen. Und damit man die anderen nicht wegschmeißen muss kann man da auch was machen mit den Deckeln. Da komme ich aber zum anderen Video noch dazu. Also ihr müsst die nicht wegschmeißen sondern da habe ich noch einen richtig geilen Tipp. Auf jeden Fall Schönheit. Das ist natürlich subjektiv für mich ist das viel schöner als wenn ich eine haufenweise Plastiktüten Plastetüten oder irgendwelche Döschen rumstehen habe. Kann jeder für sich selber entscheiden. Dann Geld ist auf jeden Fall viel sinnvoller eingesetzt und ich spare dadurch auch Geld. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt ich habe 3 verschiedene Dosen mit Chiasamen. Ich habe durch die Ordnung eine viel größere Übersicht und weiß was ich brauche und tue nicht irgendwas kaufen was ich nicht brauche. Und von daher Geld. Kreativität. Wenn ihr alles vor euch habt, alles beschriftet und wirklich seht was ihr alles habt. Dann kreiert ihr neue Rezepte. Probiert mal das Pulver aus. Probiert mal die Nüsse aus. Und weil ihr alles zur Verfügung habt und es wird eure Kreativität geschult. Ihr könnt Mischungen kreieren von verschiedenen Pulver und darf ich ein extra Gläschen machen. Mischung 1, Mischung 2, Mischung 3 für herzhafte Dinge für süße Dinge. Und ihr werdet viel mehr animiert durch so eine Ordnung auch kreativ zu werden. Und ihr könnt natürlich direkt in den Beschriftungen auch kreativ werden. Ihr könnt da Bilder draufmalen. Ihr könnt da normal schreiben und schön schreiben. Und dieser Akt der Kreativität oder der Akt des Ausdrückens durch eine Schrift zum Beispiel. Das kann man gar nicht so quantifizieren wie gut es einen tut künstlerisch aktiv zu sein. Und auch das alleine ist schon ein Punkt wo ihr eure Kreativität freien Lauf lassen könnt. Bei den Gläsern sei noch angemerkt. Umso dunkler das Glas, meist umso teurer, aber umso besser ist das auch, damit die Gewürze etwas geschützter sind. Idealerweise ist sowas wie Violettglas. Ist aber für mich unbezahlbar für die meisten von euch wahrscheinlich auch. Aber das wäre natürlich wenn ihr das Geld habt könnt ihr auch Violettglas kaufen oder Braunglas und könnt dadurch eure Gewürze noch intensiver schützen. Das soll meine Inspiration für heute gewesen sein. Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. Schreibt mir mal in die Kommentare was ihr davon haltet und vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon hinter sich und hat auch so eine schöne Ordnung in seinem Gewürzregal geschaffen. Ich bin gespannt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Machts gut Euer Christian. Tschüss.